Opfer und Rituale in Bezug auf die drei Gunas, Sattva, Rajas und Tamas Kommentar zur Bhagavad Gita, siebzehntes Kapitel, ab Vers elf Auch Rituale, Opferzeremonien, auch spirituelle Rituale, religiöse Rituale können Sattvik, Rajasik und Tamasik sein Nicht alles, was Menschen im Namen der Religion machen, sind automatisch gut Krishna gibt in den Versen elf fortfolgender in des siebzehnten Kapitels einige Informationen, wie du selbst dafür sorgen kannst dass das, was du an Ritualen und Zeremonien machst, wirklich rein ist und erhebend Mein Name Sukadeh von www.yoga-vidya.de Und da dies ein relativ kurzer Vortrag ist, werde ich gleich zur deutschen Übersetzung des elften Verses kommen, siebzehntes Kapitel Yagnya, das Menschen bringen, ohne dafür eine Belohnung zu erwarten, so wie es in den Schriften geboten ist, in der festen Überzeugung, dass es getan werden muss, ist Sattvik und rein Yagnya hat viele Übersetzungen Yagnya kann man übersetzen als Opfer Aber Yaj heißt auch einfach Ritual Man kann Yagnya auch sagen, ein Gottesdienstritual Du könntest Yagnya auch sagen, ein spirituelles Ritual, was du selbst ausführst Yagnya könnte auch sein, etwas, was du da bringst Und hier sagt er, ein Yagnya ist Sattvik, wenn es mehrere, man könnte sagen, mehrere Bedingungen erfüllt Erstens, du tust es, ohne dafür eine Belohnung zu erwarten Zweitens, es entspricht dem, was in den Schriften steht Drittens, du tust es, einfach weil es getan werden muss Dann ist es Sattvik Also, es gibt verschiedene Rituale Es gibt die Yagnya im engeren Sinne, Feuerritual Wie wir es ja bei Yoga Vidya machen, auch in den Ashrams Zum Beispiel in Bad Meinberg haben wir jeden Morgen eine kleine Yagnya Yagnya, Homa und Havan sind ja alles ähnliche Begriffe Aber Yagnya in einem weiteren Sinne sind auch andere Rituale wie Puja oder Arati Und falls du allen Vorträgen der ganzheitlichen Yoga-Schulung gefolgt bist Hast du auch schon einiges gelernt, wie du selbst Arati machen kannst Eine kleine Puja machen kannst Oder wie du dir selbst Rituale zusammenstellen kannst Und natürlich verschiedene Religionen haben Rituale Im Christentum gibt es den ganzen Gottesdienst Es gibt die heilige Kommunion oder das heilige Abendmahl Im Islam gibt es die fünfmal tägliche Gebet Und es gibt das Freitagsgebet Und im Judentum gibt es eine Menge von Ritualen Im Hinduismus gibt es noch weitere Rituale und so weiter Also es gibt verschiedenste Rituale, die Menschen machen Wenn du solche Rituale machst Ohne deshalb gleich eine Belohnung zu erhoffen Wenn du es machst So wie es den Prinzipien entspricht, die du von Schriften her kennst Und auch wenn du es einfach machst Weil du denkst, es muss getan werden Dann ist es Sattvik Im 18. Kapitel sagt er auch noch Du könntest es auch machen, um dich spirituell zu entwickeln Oder hat er auch in einem anderen Kapitel davon gesprochen Dass auch gut ist, Rituale zu machen, um Gott zu erfahren Also all das wären Sattvige Motive und Sattvige Handlungen 12. Vers Also eine Opferzeremonie, die man eben macht, um etwas zu bekommen Das ist Rajasic Also wenn du ein Feuerritual, eine Puja, Arati oder Gottesdienst Oder eine andere religiöse Praxis, religiöses Ritual ausführst Um gleich Belohnung zu bekommen Oder um zu prahlen Das ist Rajasic Und in Indien ist durchaus zum Beispiel üblich Dass man ein Yajna ausführt, um etwas dafür zu bekommen Es gibt sogar einen bestimmten Moment eines Rituals Wo du ein Sankalpa äußern kannst In einem spirituellen Sinne wäre es ein Vorsatz Und letztlich bitte um Gottes Führung Und bitte, dass wir Gott erfahren können Aber du könntest es auch Rajasic machen Im Sinne von, du willst etwas Du könntest sagen, ich mache diese Puja, ich mache diese Homa Ich gehe in die Kirche Damit ich dann bei meinem Bewerbungsgespräch genommen werde Oder ich mache jetzt dieses Ritual Damit ich das Apartment bekomme, das ich gerne hätte Und ich mache dieses Ritual Damit ich vielleicht eine Frau finde, die ich heiraten kann Oder einen Mann finden, den ich heiraten kann Das sind alles Rajasic-Rituale Und das sind Rajasic-Opfer Krishna hat zwar an einer anderen Stelle gesagt Letztlich ist es okay, Gott zu verehren Auch um seine Wünsche zu befriedigen Aber natürlich ist das Rajasic Besser ist, du handelst Sattvic Das Opfer wird als Tamasic betrachtet Das nicht den Anordnungen der Schriften entspricht Wo keine Speisen verteilt werden Und das nicht von Mantras, Gaben und Glauben begleitet wird Also es gibt jetzt auch Tamasic-Opfer und Rituale Und da gibt es eben drei verschiedenen Und das sind jetzt zum Teil wirkt das etwas eigenartig Nicht den Anordnungen der Schriften entspricht Das ist eben eines Aber natürlich die Schriften sagen auch Tue das, was du tust mit Hingabe Also wenn du zum Beispiel Arati ausführst Und du machst es eben so gut wie du kannst Und du befolgst so den Grundsätzen, die du kennst Ist es okay Aber wenn du zum Beispiel weißt Dass im Arati eigentlich die Katze oder das Licht im Uhrzeigersinn geschwenkt werden sollen Und du machst es aus Nachlässigkeit andersherum Dann ist es Tamasic Wenn du weißt, dass man normalerweise das Arati mit der rechten Hand macht Und du machst es jetzt aus Nachlässigkeit mit der linken Dann ist das auch Tamasic Wenn du es dagegen nicht weißt Und einfach machst nach bestem Wissen und Gewissen, um Gott zu dienen Dann ist es Sattvik Also wenn du etwas weißt, wie es richtig zu machen ist Dann mach es eben richtig Aber die Schriften sagen auch Die Bhakti ist wichtig Gut, dann sagt er, wo keine Speisen verteilt werden Gut, das kann man jetzt eng interpretieren Und würde sagen, in jedem Ritual Muss auch irgendwo Parasat verteilt werden Aber in einem anderen Sinne heißt es auch Egal welches Ritual du machst Mach es auch für andere Wann immer du ein Ritual machst Du machst es, um Gott zu dienen Aber du machst es auch für andere Wenn du ein Ritual nur für dich machst Dann ist es auch Tamasic Also was auch immer du machst ein Ritual Mach es für den Frieden der Welt Mach es für das Wohlergehen aller Mach es, um die Heilschwingung zu erhöhen Mach es, damit du selbst die Kraft bekommst Um anderen Gutes zu tun Und dann auch ein Ritual, was gemacht wird Ohne Glaube Das ist auch ein Tamasiges Ritual Also wenn du es nur äußerlich machst Wenn du es einfach nur körperlich machst Aber dein Geist gar nicht dabei ist Auch das ist Tamasic Also es gibt verschiedene Arten von Tamasigem Ritual Nachlässiges Ausführen von Ritual Das zweite wäre Eins, was du nicht tust für andere Und ein drittes wäre auch Wo dein Herz nicht dabei ist Mach also die Rituale mit Herz Mache sie mit Liebe Mache sie, um Gott zu verehren Mache sie, um anderen etwas Gutes zu tun Mache die Rituale In der Überzeugung, dass sie getan werden müssen Und sei gleichmütig Und ohne Erwartungen Das ist ein Sattviges Ritual Ja, soweit die Verse der Bhagavad Gita Zu Jagdnyas Und wie du die Rituale, die du zelebrierst Oder an denen du teilnimmst Sattvik machen kannst Mein Name Sukadev Hinter der Kamera Eduard Von www.yoga-vidya.de Aum 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 Shanti 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 Aum Bolo Satgur Shivananda Maharajiki Chai Bolo Shri Vishnadevananda Maharajiki Chai Vielen Dank.